Die Drossel ist der Bräutigam, die Amsel ist die Braute. Der Späerbar, der Späerbar, der ist der Hochzeitsfeherbar. Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, der bringt der Braut den Hochzeitskranz. Die Lehrersche, die Lehrersche, die führt die Braut zur Kerl. Der Auerhahn, der Auerhahn, der ist der Hürde, Herr Kaplan. Die Gänse und die A-Hahn, das sind die Musiker-Hahn. Der Pfung mit seinem bunten Schwarz, der fühlt die Braut zum Hochzeitskranz. Der Wedehopft, der Wedehopft, der bringt der Braut nen Blumentopf. Die Puten, die Puten, die machen breite Schnurruten. Die Brautmutter ist die Ohrhele, nimmt Abschied mit Geheule. Frau Kratzefuß, Frau Kratzefuß, gibt allen einen Abschiedskuss. Der Uhuru, der Uhuru, der macht die Fensterläden zu. Der Hahn erkräht, gute Nacht, dann wird der Kammer zugemacht. Der Hahn erkrägt, gute Nacht, dann wird der Kammer zugemacht. Nun ist die Vogelhochzeit aus und alle zehn vergnügt nach Haus. Der Hahn erkrägt, gute Nacht, dann wird der Kammer zugemacht. Untertitelung des ZDF, 2020